Die Geschichte des Imperium Romanum, des Römischen Reiches, umfasst seit seiner Entstehung ab dem 6. Jahrhundert vor Christus fast 1000 Jahre. Die territoriale Ausdehnung des Römischen Reiches erreicht beim Tod Kaiser Trajans 117 n. Chr. ihren Höhepunkt. Zu dieser Zeit erstreckt sich das Imperium Romanum auf drei Kontinente. Damit beherrscht Rom den grössten Teil der damals bekannten Welt. Augustus, als Gaius Octavius im Jahre 63 v. Chr. in Rom geboren, gilt als erster römischer Kaiser. Unter Augustus erreichen Kunst und Wissenschaft eine geradezu sprichwörtliche Blüte. Die Dichter Horatz und Vergil feiern den Kaiser und seine Zeit. Der Historiker Livius schreibt die römische Geschichte nieder. Eine umfassende Bautätigkeit setzt ein und führt zu Städtegründungen und zur Verbreitung römischer Kultur und Zivilisation. Unter Kaiser Augustus werden viele Tempel errichtet, bei denen das Ideal des griechischen Tempelbaus von den römischen Architekten übernommen wird. Aber natürlich entwickeln die Römer die Baukunst weiter. Der grösste Fortschritt in der römischen Architektur sind der Bogen und die Kuppel. Der von den Römern erfundene Gussmörtel, ein betonähnliches Material aus einer Mischung von Kies, Kalk und Vulkansand, wird so fest, dass dadurch die Überspannung großer Flächen und die Konstruktion komplexerer Gebäude möglich werden. Neben dem Gussmörtel ist die Produktion der gebrannten Ziegel eine weitere Neuerung der römischen Architekten. Die Hersteller sind gesetzlich verpflichtet, sie zu kennzeichnen. Auf der Vervollkommnung dieser Techniken basieren seit dem Ende der Republik die gewaltigen, noch heute in Überresten vorhandenen Bauwerke, wie Thermen, Torbögen und Wasserleitungen. Jetzt können die Römer große, hohe Stadttore errichten, durch die Waren aus allen Teilen des Reiches in die Stadt gebracht werden. Die Städte besitzen gerade, breite, gepflasterte Strassen. Auch die Hauptstrassen, die von Rom aus in alle Richtungen führen, sind gepflastert. So können nicht nur die Waren, sondern auch militärische Einheiten schnell in die verschiedenen Teile des großen Reiches gelangen. Durch ein aufwendiges System von Aquädukten und unterirdischen Wasserleitungen wird die Wasserversorgung der Städte sichergestellt. Denn für die privaten und öffentlichen Thermenanlagen werden Unmengen von Wasser benötigt. Bei den öffentlichen Bädern wird ein zentraler Kuppelbau errichtet, um den sich die Räume für Dampfbäder sowie heiße, lauwarme und kalte Bäder gruppieren. Ergänzt von Turnräumen, Spielhöfen, Bibliotheken und Gärten. Die Bauwerke stellen hohe Ansprüche an Architektur und Bautechnik. Die öffentlichen Thermenanlagen dienen dem sportlichen Training und der Körper- und Kontaktpflege. Die Caracalla-Thermen, um 217 n. Chr. in Rom erbaut, zählen zu den grossartigsten Anlagen ihrer Art. Die Bäder werden mit Fussbodenheizung geheizt und besitzen bereits Toiletten mit einer immerwährenden Wasserspülung. Die Räume sind üppig mit Malereien, Stuck und Mosaiken verziert. Diese werden im gesamten Römischen Reich hergestellt und reichen von einfachen Ornamentformen aus schwarz-weissen Steinchen bis hin zu mehrfarbigen, komplexen Figuren-Darstellungen. Ein besonders schönes Beispiel ist das Jahreszeiten-Mosaik, das heute in der Münchner Glyptothek zu besichtigen ist. Die Erdmutter Tellus, umgeben von ihren vier Kindern, die die Jahreszeiten repräsentieren. Der Frühling mit Blüten begrenzt, der Sommer mit einer Ehrenkrone, der Herbst mit Äpfeln im Haar und der in ein langes Gewand gehüllte Winter. Der Jüngling in der Mitte stellt wohl eine Verkörperung des Jahres dar. Er durchschreitet ein gewundenes Band, das mit den Tierkreiszeichen verziert ist. Der vollkommenste Ausdruck der neuartigen Architektur ist das Pantheon auf dem Marsfeld in Rom. Dieser allen Göttern geweihte Tempel beeindruckt selbst heute noch durch seine riesige Kuppel. Die Beleuchtung erfolgt durch eine einzige kreisrunde Öffnung im Scheitel der Kuppel, die eine exakte Halbkugel von 43,3 Metern Durchmesser bildet. Der Raum darunter ist genauso hoch wie die Kuppel selbst. Die Höhe und Breite des Raums haben also die gleichen Masse. Sie entsprechen dem Durchmesser der Kuppel. Solche Ebenmasse werden von den Architekten festgelegt, weil man festgestellt hat, dass das Verhältnis der Masse zueinander Einfluss auf die Wirkung des Baus hat. Sind im alten Griechenland die Tempelwohnstätten der Götter, so dienen sie im Römischen Reich zur Verherrlichung der Kaiser, die sich mit den Göttern als gleiche untergleichen darstellen lassen. Die überlebensgrosse Marmorstatue des Kaisers Augustus in Feldherrentracht ist wohl seine bekannteste Darstellung. Zu seinen Lebzeiten ist sie als Zeichen seiner Macht auf allen öffentlichen Plätzen aufgestellt worden. Mit seiner erhobenen Rechten erscheint der Kaiser als Feldherr, der vor den Truppen eine Ansprache hält. Er trägt eine kurze Ärmeltunika und einen Muskelpanzer. Den Feldherrnmantel hat er um die Hüften geschlungen und über den linken Unterarm gelegt. Der auf einem Delfin reitende kleine Amorknabe weist auf die göttliche Herkunft des Kaisers hin. Während ältere Städte wie Rom aus einem Netz verwinkelter Strassen bestehen und unkontrolliert in die Breite wuchern, besitzt die planmäßig angelegte Stadt der Späten Römischen Republik einen annähernd rechteckigen Grundriss, wobei das römische Militärlager als Vorbild dient. Im Mittelpunkt der Stadt liegt das Forum, ein grosser Platz, der von Ladenreihen, Tempeln und öffentlichen Gebäuden gesäumt wird. Mit einer Million Einwohnern ist Rom die Megastadt dieser Zeit. Die Versorgung ihrer Bevölkerung ist eine logistische Herausforderung, die Kauf, Transport, Lagerung und Aufteilung der Nahrung umfasst. Bauern liefern Gemüse und Früchte, Fisch und Fleisch. Wein und Öl werden aus Spanien, Gallien und Afrika importiert. Anfang des zweiten Jahrhunderts vor Christus wird auf dem Forum Romanum die erste Basilika erbaut. Die Basilika ist eine überdachte Wandelhalle und dient als Markthalle für Handelsgeschäfte, wird aber auch für Gerichtssitzungen genutzt. Eine der am besten erhaltenen römischen Basiliken ist diejenige in Trier aus dem 4. nachchristlichen Jahrhundert, die erst seit 1856 als Kirche dient. Das starke Anwachsen der städtischen Bevölkerung macht neue Baumaßnahmen erforderlich. Es entsteht der Massenbau. Die armeren Städter wohnen in sogenannten Insule, schmalen, freistehenden Gebäuden mit bis zu sieben Stockwerken. In deutlichem Gegensatz dazu stehen die prächtigen Bauten der Villen, Stadien und Theater. Zwischen 72 und 80 nach Christus wird das erste steinerne Amphitheater in Rom vollendet, das wegen der ursprünglich dort stehenden Kolossalstatue des Kaisers Nero als Kolosseum bezeichnet wird. Hier werden blutige Gladiatorenkämpfe und Tierhetzen veranstaltet, um das Volk bei Laune zu halten. Denn zu den Gladiatoren-Spielen und Festen ist der Eintritt frei. Das Kolosseum ist der grösste geschlossene Bau der römischen Antike. Die ungeheure Baumasse ist nach aussen durch drei Arkadengeschosse gegliedert. Die ersten drei Stockwerke bestehen aus je 80 Arkaden, gerahmt von Halbsäulen, die im Untergeschoss der dorischen, in der Mitte der ionischen und im dritten Stockwerk der korinthischen Säulenordnung folgen. Das Kolosseum ist nicht nur eine architektonische, sondern auch eine bis ins letzte durchdachte logistische Meisterleistung. Durch über 80 Eingänge können die Zuschauer in die Arena gelangen. Damit ist es möglich, das Kolosseum in 15 Minuten mit Zuschauern zu füllen und es nur in 5 Minuten auch wieder zu leeren. Das Kolosseum ist ellipsenförmig gebaut. Die ovale Form solle verhindern, dass Gladiatoren, zum Tode verurteilte oder gejagte Tiere in einer Ecke Schutz suchen können. Zudem erlaubt die Ellipse den Zuschauern, näher am Geschehen zu sein als in einer kreisförmigen Arena. Mangelnde Hygiene, die grosse Armut in manchen Teilen der Stadt und regelmäßig wiederkehrende katastrophale Brände in den Bezirken machen das Volk zunehmend unzufrieden. Die teilweise verheerenden Zustände in Rom sind für den Staat Grund genug, zum Ausgleich nicht nur Spiele, sondern auch Nahrungsmittel für die anwesenden Zuschauer zu finanzieren. Aus dieser Zeit stammt der Begriff Panem et Cercenses, Brot und Spiele. Bei den Veranstaltungen werden bis zu 50.000 Bürger gleichzeitig mit Nahrungsmitteln versorgt. Jede Bevölkerungsgruppe bekommt ihrem sozialen Rang entsprechend Plätze zugewiesen. Die ersten Reihen sind privilegierten Gästen, wie den Kaiser, Priestern und Senatoren vorbehalten. Zu den wichtigsten Bauten mit propagandistischer Funktion gehört der Ehren- oder Triumphbogen. Er wird überall im Reich zunächst von Feldherren, später vom Senat und von den Kaisern selbst in Auftrag gegeben, um einen militärischen Sieg zu feiern. Einer der am besten erhaltenen römischen Triumphbögen ist der des Septimus Severus aus dem Jahr 203 nach Christus auf dem Forum. Wie die Römer gelebt haben, lässt sich am besten in Pompeji nachvollziehen. Am 24. August des Jahres 79 nach Christus bricht der Vesuv aus und begräbt zwei Städte innerhalb kürzester Zeit unter sich. Pompeji und Herkulaneum. Den Menschen gelingt die Flucht nicht mehr und ihre Lebensumstände werden von der heißen Vulkanasche konserviert. Um 1800 werden grosse Teile der versunkenen Stadt freigelegt. Zu denen, die die Ausgrabungen besuchen, gehört auch König Ludwig I. von Bayern. Beeindruckt von den hervorragend erhaltenen Wandmalereien, lässt er das Kastor- und Polluxhaus in Aschaffenburg nachbauen. So kann auch in Bayern das Leben der alten Römer nachempfunden werden. Hier kann man genau sehen, wie die Römer gespeist haben. Auch eine römische Küche mit diversen Küchengeräten und ein Klosett mit immerwährender Wasserspülung sind hier nachgebildet. Dieser luxuriöse Lebensstil wird erst durch die Errichtung von Aquädukten möglich, deren Bau ohne die Erfindung des Gussmörtels und der Herstellung von gebrannten Ziegeln nicht denkbar gewesen wäre. Auch im Bereich der Porträtskulptur beweist die römische Kunst ihre eigentliche Innovationskraft, indem sie, anders als etwa die griechische Plastik, nicht den idealisierten Menschen in den Mittelpunkt drückt, sondern versucht, den einzelnen Menschen mit individuellen Zügen und typischen Charaktermerkmalen wiederzugeben. Römische Porträts sind in Form kleiner Büsten bis hin zu Kolossalstatuen überliefert, wie die des Kaisers Konstantin I., die an öffentlichen Plätzen geehrt wird. Eine Neuigkeit ist auch der vorgefertigte Idealkörper von der Stange, der mit verschiedenen Porträtsköpfen kombiniert werden kann. Mit der Eroberung Ägyptens durch Kaiser Augustus kommt die Sitte auf, auf das Gesicht der Mumie ein gemaltes Bildnis zu binden. Aus diesen Porträts der Verstorbenen entwickelt sich dann in der byzantinischen Kunst die Ikonenmalerei, bei der Bilder von Heiligen in einer ähnlichen Technik auf Holz gemalt werden. Diese wiederum sind Vorläufer der mittelalterlichen Tafelbilder, ein erneutes Beispiel für die Kontinuität zwischen Antike und christlicher Kunst. Das wird auch Gegenstand der kommenden Sendungen sein. Unsere nächste Folge führt Sie zu den weltberühmten frühchristlichen Mosaiken von Ravenna sowie ins türkische Istanbul, als Konstantinopel einst Hauptstadt des christlichen Byzants. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank.